ich hatte viel drin ich weiß aber kisten da ist nix wie viele leute auch hier sind okay wenn ich war ja ja auch da ist mir du weg mit dir ach komm doch nicht näher so jetzt sind hinter noch kein ding für ein kind also jetzt auch nichts kaufwand die wusste ich doch das ist ja im holz und sonst immer oder neu denn hat 0 alter schwede in dennoch mehr jetzt ist los und nein gar warum muss was spielt Just as I thought, Zack. This is where Anna was killed. Ah, Profiling. Profiling. Ich bin ja ein Deutscher. Profiling. Profiling? Hey. Hey. Komm her. Ich wette, für die Folge kriegen wir einen Strike. Warum denn? Na, so wie bei Sarraza. Zu sexistisch, weißt du? Ach, das ist ja lächerlich. Natürlich. Da hast du nichts zu sehen. Na, bei Sarraza ja auch nicht. Da war ja auch nichts zu sehen. Gibt es hier Sarraza? Ist das ein neuer? Ja, ich glaube so ein ganz kleiner war das. Ach so, verstehe. Habe ich gestern durch Zufall gesucht haben auf YouTube, weißt du? Ja, tschuldigung. Was raus muss muss raus, weißt du? Nee. Sei froh, dass es nicht hinten rausgekommen ist. Alter Schwede, ey. So, jetzt hat er den Durchblick. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Oh. Too much noise, das weiß wer. Naja, egal. Hm. Wir wollen uns doch nicht einmischen, ne? Wird schon recht haben. Unser lieber IG, York. York, übermorgen. Oh. So. Wieso, du machst das, ne? Thanks, weapon, York. It can be very dangerous here. Oh nein. Boah, ich hör's. Ach, da wächst es. Oh gut, jetzt kommt sie nicht mehr runter. Ja, dann ist das schön. Oh, liegt denn hier? Ja, das kommt in den Kasten. Ja. Ah, das ist die Pistole gewesen. Loll. Ah, jetzt sag ich die Küsten. Scheiße. Oh Gott. Sie hätte lieber genommen. Äh, hallo? Und sie liegen hier so rum? Zack, es ist almost like an Altar. Was die Mörder so ein kind of ritual? Ja, es wird immer ein bisschen eigenartiger, war? Ja. Ein Ritual war das anscheinend. Hier ist auch mal so ne komische Elke-Dinger. Die finde ich hier nicht so geil. Ist das hier so schön mit Zuschauerbeteiligung, oder was? Ja, anscheinend. Irgendwie. Oh, das ist als Kino hier. Boah, ist ja toll. Dieser Realismus. Und da unten sich wieder so schwarze Flecken auf dem Boden ist. Heißt, glaube ich, nichts Gutes. Oh, da kannst du speichern. Was dahin? Genau, erstmal, erstmal gehen wir hier rein. Oh, nein, erstmal speichern, ne? Open the door, please. Und der hat bestimmt schon seit fünf Tagen nicht mehr geschlafen, der Agent. Stimmt. Oh, ich bin eingewachsen. Oh, nix nur speichern. Vielleicht ruft die Speicher-Hotline gleich an. Hallo, sie haben eigentlich mehr gespeichert. Also, ich gehe rangehen. Oh, sag ich jetzt mal hier so. Ah, ich gehe jetzt mal ran. Hallo, die neue Speicher-Flatrate. Dreimal speichern zu meinem Preis. Ach, super. Leider verpasst du. Du warst zu langsam. Wo bist du? Ich bin jetzt mal ein bisschen bescheuert. Ein umgekehrtes Friedenzeichen, das ist der erste Hinweis. Was? Ein Hinweis, ein Hinweis. Oh mein Gott. Nein. 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 Nicht wie ich dreimal. Ja, wow, oder? Wollen wir gleich mal speichern? Ja, würde ich schon so versuchen. Der wurde nur gerade eingefragt, wo wir uns verstecken. Ja, und jetzt gleich speichern. Ich meine, wir haben uns auf dieses Tier vor angerufen. Wir sind hier ran gegangen. Ja? Und fragt uns, wo wir uns verstecken? Der muss doch wissen. Ach. Spiellogik. Theoretisch schon, ja. Spiellogik. Spiellogik. Speichert. Durchbauen. Fertig. So. Ähm. Rasieren? Wir müssen uns mal rasieren. Dann komm, wir rasieren uns mal eine Runde. Ja, das sieht sehr gut aus. Achtung, nicht schneiden. Vorsichtig. Okay, die kann man drehen, die kann ich ja nicht. Boah. Ah, das sieht gut aus wie das macht. Professionell. Gefährliches Spiel, ey. Das ist gefährliches, gefährliches Spiel, ey. Nicht schlecht, das haben wir uns rasiert. Ey, sind wir noch richtig knackig aus. Ja, nicht anders als vorher, nicht. Ein Lutscher. Schon wieder, du Lutscher. Wollen wir nicht mal langsam ein Lutscher lutschen? Wann haben wir ein Lutscher lutschen? Komm, wir gehen mal Lutscher lutschen. Lutsch mal ein Lutscher. Lutsch mal ein Lutscher. Lutsch mal ein Lutscher. Lutsch mal ein Lutscher. Ähm. Objekte wahrscheinlich. Objekte. Objekte. Ja, guck mal, da gibt's Lutscher. Ey, wie hier. Ja. Lutscher lutschen. Äh, verwenden. Hm, man, man, man. Ach, da, guck mal, da sind auch die Dinger, wie... Ach, da kann man gleich wissen. Ah. Ah, das bringt doch gar nichts. Ja, lächerlich. Die haben sich vollgestopft. Oh ja, oh ja. Und schlafen müssen wir eigentlich auch mal wieder warten. Oh, das geht doch. Und das hält sich doch noch in die Grenzen. Wollen wir noch den Dom, äh, den Dom, äh, den Dom essen? Den Köder? Ja, den brauchen wir bestimmt. Ja, was zum Angeln oder sowas. Richtig. Hm. Alter, mal ne coole Sache. So, komm mal an die Kasten, wir haben ja grad die Maschinengewehr hier aus dem reingepappt. Genau, kann man gleich rausholen aus dem Waffenkoffer. Können wir auch mal ein bisschen rumknallen damit. Oh, was gibt's denn hier? So 90 Schuss haben wir davon. Das ist ja sehr gut. Stark. Äh, verstauen. Erstmal was reinpacken. Dann packen wir mal hier so, was ist das denn hier? Ach, hier haben wir noch richtig viel davon. Ähm. Das Stahlrohr kannst du ja wegpacken, oder? Ich will lieber das keine Messer wegpacken. Ist doch besser als das... Komm, wir machen das hier weg. Na gut. Wegverstauen. Überredet. Dann nehmen wir mal, ja, haben wir da draußen gepackt. Und, äh, nehmen wir mal die Pisse raue, äh, ux, 4. Die MP5. Jawohl. Haben wir ja mitgenommen. War noch Muni zu und dafür. Guck mal, da hast du noch Muni gewesen. Ja, ist aber Schrotmonie gewesen. Ja, ist aber Schrotmonie gewesen. Und Automonie haben wir, äh, genug dabei. Das Inventar ist voll schon. Na ja, gut. Na, Automonie haben wir doch richtig viel dabei. Ja, die muss aber Schluss. Oh. Was, bros? Ja, siebenmal 20 ist alles eine Menge. Ach, siebenhundertzwanzig. Ich habe 27 verstanden. Ja, ist die doch jetzt. Yeah. Nice. Ah, erstmal, wir werden erstmal bei, 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 bei der Pistole. Genau. Ach, da brauchen wir noch nicht. Schlafen? Ah, hier ist nochmal totet. Öffnen wir nochmal. Schön, das ist ein Maschinenraum. Juhu. 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 Der Schlüssel... Passt. Wohl. Loll. Guck mal, was wir hier haben. Mach mal auf. Auch wenn nicht. Nix. Auch mit. Geräuscheter Lachs. Schön. Mh, das sieht sehr gut aus. So, in der verranzten, verranzten, alten, verlassenen Sägewerk, frischer, geräuscheter Lachs. Du, das gibt dem noch so, das, das richtige Aroma, weißt du? Erst durch diesen Sägewerk-Geschmack. Oh, Gott. Meine. Boah. Oh, Gott. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Oder mach, mach erst den Platz. Oh, Gott. Oh, Gott. Hinter dir. Hinter dir, guck mal. Nein, du, Kassier. Hast du das denn online gesagt? Der Schmeid er, ne. Der Schmeid er, ne. Der Schmeid er, der Schmeid er, ne? Der Schmeid er, das Arschkind, ey. Halt. Guck mal. Ui, hier war, glaub ich, noch einer, der ist hier runter. Genau, der ist. Stimmt, Rios, Rios. ich weiß eigentlich vor da runter genau ich würde sagen du solltest die andere rausnehmen oder quatsch kommen wir jetzt noch als weit entfernt ja gut ist schon wieder auf wir haben wir sieh unter 20 das ist ja gut lol wo war er denn jetzt on sieh nicht ach so ach so ach da oh mein gott nicht nach lang jetzt geh weg nein nein aus oh das war aber knapp alter alter hab ich mich verjagt alter schwede kann ja alles nicht warzen schwein meine fresse oh nein hier weg mach'n ab mach'n ab mach'n ab mach'n ab mach'n ab ich weiß dass wir irgendwas rinne kommt ich komm mal lieber noch mal rum das sieht safe aus das sieht nicht so man ey oh gawd so gut verzogen ganz stark ganz stark stark ausgesicht eier bewegen was war das eier man jetzt kommt der schon wieder im kühlschrank ja äh ne ich hab leider keine ne ich hab leider keine ne müssen wir mal auf die suche gehen da kommt schon wieder einer man da schon na gut man da spendet man noch mal und eh wenn ich mich hin muss ich bin einfach mal das hier wir sollen dann eben ich bin es vor was ich mir tragen ja ist so super in den ellenbogen der kasten der war schön damit voll mit stahlrohren und stange ist das mensch das ist keine zange eine zange ist keine stange so wie die stange keine zange ach komm wir müssen nicht tausend stahlrohren kommen wir auf jetzt hier ein schlüssel bei genau deswegen noch mal reingucken was man da zu finden ist für finessen finden muss da alles unter wasser ohne gewalt da nichts was du denkst dabei ist dann dabei kein problem dass man immer diese ekelige flüssigkeit ab was oft hast du da nicht ausrutscht da könnte ich jetzt was ist denn das da für ein rohr in der mitte das sieht ja nicht lecker aus nein nein auf die dampf mich was dampf mich immer maschinen dampfmaschinen tank ist das friedensymbol was bedeutet das